und du okay das hat sich erledigt mein wolf hat zwar wieder erwischt dafür hat es den jetzt erwischt und den da gut der wolf ist ja eigentlich ja es ist schwächtheit hagen wenn es den wolf erwischt so diesmal haben wir die falle entdeckt können wir sie auch entschärfen jawohl schwache ring der abwehr ist schon mal gut schriftführer der wiederherstellung von ausdauer ist auch gut die kannst du nämlich war haben für notfälle und den ring der abwehr du trägst schon ein oder nein da kriegst du den ring der abwehr so ich war ich dabei schon sowas und wir haben die feuerbeifall egal wir können die fallen auf sammeln da ist sehr nice so schloss geknackt doch ein guter zweihänder hier scheint es leer zu sein gehen wir mal langsam vorwärts sollte die tür nicht hinter euch zu machen der raum sieht doch abgeschlossen aus hier scheint was altarmäßiges zu sein gucken wir erst bei den abgeschlossenen raum hier also mit abgeschlossen weil ich der ist nicht offen auch ein altarmäßiges zu sein du solltest wegrennen eigentlich und die anderen sollten sich in den weg stellen du kannst ruhig auch mit drauf schießen ich weiß eigentlich nicht ob ich das gut finden soll dass es keine feine mehr gibt in dem spiel auf der einen seite gut es war nervig ständig in die stadt reden zu müssen pfeile zu kaufen man konnte sie ja nicht so wirklich hoch stecken na gut in der war mit 1 was dann irgendwann 99 hallo und ach so du könntest mal wieder zu seinem speer wechseln warum sind das auf einmal so viele nicht gut zurückziehen zurückziehen welche von denen ist schwer verletzt gar keiner und ich habe nicht gespeichert wo kommen auf einmal so viele hier nein automatische speicher war es was war das gerade eben das war nicht so wie ich es gewollt habe auf einmal standen beide leute mittendrin und so ja das kennen wir alles schon so ein kling ist das leicht platt ja bei dir habe ich ja gesagt du kannst wieder auf deine nahkampfstab mal wechseln wir müssen nur aufpassen dass du nicht zu sehr den nahkampf gerätst so hier sind es drei stück den blockieren wir mal den weg so genau die gehen einfach irgendwie durch uns durch wie es ihnen passt die können sich taten merke ich gerade das ist das problem ja so geistessenz falle entschärfen heilung für dich schutz für dich schutz für dich und heilung für dich ach so ja und hier wollten wir auch noch knacken ein zweihänder fürs lager das ist gut dass hagreben das knacken und so weiter selber beherrscht so jetzt noch mal zu der truppe da unten wir pullen erstmal wieder den ein raus so der folgt uns und auf wen geht er los der ist weg die truppe sieht doch ganz frisch aus und dann versuchen wir doch mal welche raus zu locken von ihnen wo was machen sie auch sie wirken auf jeden fall was böses und sie stehen im so warum ist jetzt schon wieder vier das finde ich nicht so toll Da kommen doch irgendwo zwei Stück her. Achso, von hinten. Okay, von hinten ist nicht nett. Aber die kriegen wir klein. Oh, und, äh, Wolf wieder gefallen. Die beiden sehen schon leicht angeschlagen aus, aber das macht denen nicht allzu viel, hoffe ich mal. So, hier wäre wieder die Tür. Als Ausweg. Das sieht wichtig aus, aber wir sollten erst einmal gucken, dass wir den Hauptgang hier säubern. Damit uns nicht wieder Geister, die hier rumpatrouillieren, in den Rücken fallen können. Und hier steht alles unter Wasser. Okay. Das heißt, hier können wir schon mal nicht lagen. Wir wissen jetzt aber einigermaßen, wie der Grundriss des Gebäudes ist. Da gibt's noch was, da gibt's noch was, da gibt's noch was. Okay, ich denke mal, jetzt können wir in Ruhe die Schatten hier besiegen. Ohne uns Sorgen zu machen, dass noch mehr Schatten kommen. Hoffe ich jedenfalls mal. So, du gehst auch mal vor. So. Äh, Eder ist okay. Du bist jedoch... Wir sind schon wieder vier. Okay. Eine Heilung. Du machst jetzt mal irgendwas Böses. Um Eid zu töten. Du rennst weg und heizt dich. Okay. Du versuchst einen umzuwerfen. Ah. Du versuchst, Eder zu töten. So, du kannst wieder weiterhelfen. Okay, dich hat's jetzt umgehauen. Äh. Hey. Nun kannst du noch mal versuchen, den umzuhauen. Okay, gegen einen einzelnen hinteren sollten wir es zu... Au. So, sollten wir es eigentlich schaffen. Wenn die mich nicht ständig bombardieren. Hm? Natürlich. So, jetzt kann ein Wolf mal mithelfen. Du kannst noch mal sowas reinwerfen. Ach, die beschwören neue. Das ist nicht sehr hilfreich. Die beschwören neue Säcke. Das ist das Problem. Okay. Jetzt habe ich's kapiert. Gut. Tür. So, hier war das Wasser. Gucken wir erstmal an... in andere Orte rein. Hier zum Beispiel. Genau, da beschwört einer jetzt gleich den Neuen. Genau, jetzt sind es... wie zu viele. Und sie sind überall. Nicht so nett. Dass sie neue beschwören können und dass wir sie nicht davon abhalten können, ist mies. Wirklich, wirklich, wirklich mies. Das heißt, ich muss wirklich versuchen, sie einzeln hier rauszulocken, irgendwie. Oder sie wenigstens hier der Tür abzufangen. Nein, 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 ihr bleibt draußen. Und hier steht ganz falsch. Was für eine Formation haben wir gewählt? Die da. Machen wir es über etwas anders. Das ist so, 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 so. Ah, ich werde ja schon gesehen. Hä? So. Okay, sie kommen. Können wir sie... Ja, wir können sie, glaube ich... Nein, sie... Ja. Einer ist weg. Konzentriert euch auf die Äußerung. Du guckst, ob du wegkommst und das da sprichst. Du heizt dich. Du das. Du... Machst übergenommen. Du heizt dich nochmal selber. So. Und ist gefallen. Du greifst den da an. Du blitzt den da. Du vor dir. Äh, das. So. So. So.